Das hier ist Elina Böttger aus dem Marketing von Kern & Stelli. Und das hier ist André Rüttinger aus dem Produktmanagement von Kern & Stelli. Und zusammen sind wir auf dem MEDIALOG 2024! Ich bin sehr aufgeregt, denn diese Halle fasst knapp 4500 Quadratmeter, was sehr gut ist, da wir einen BesucherInnen-Rekord dieses Jahr haben. Mit fast 700 angemeldeten Personen, die über die anderthalb Tage, also heute Mittwoch, morgen Donnerstag, kommen sollen. Mega! Wir haben auch schon den Stempel gekriegt, eine Art Mini-ISI zu sein. Und das Schöne hieran ist, eine kleine ISI, die aber sehr viel persönlicher ist, wo man eben viel intensiver noch in den Austausch gehen kann in den nächsten zwei Tagen. Also ich glaube, der Vorteil hier ist auch einfach, wir zeigen die Produktneuheiten, wir zeigen die Lösungen und wir gehen in den Dialog. Ich bin extrem positiv überrascht, weil man hier einfach den Mehrwert von Kern & Stelli einfach jeden Tag und an jedem Stand hier erlebt, weil man hier einfach nicht nur die Hersteller trifft, sondern eben wirklich Value-Aided Reselling und Value-Aided Distribution einfach erlebt, wie es eigentlich sein sollte. Gerade im Vergleich zur ISI denkt man dann hier in Deutschland ist alles ein bisschen kleiner, aber es sind doch alle wichtigen Partner und Hersteller da und es hat mich echt überrascht. Vielfältig, viele Hersteller, man hat alles komplett auf einem Fleck. Ich bin überrascht, auch viele Kollegen zu sehen, die man sonst immer nur hinterm Bildschirm kennenlernt. Da haben wir uns beide sehr gefreut, dass wir doch den einen oder anderen jetzt auch mal live gesehen haben. Also ich finde es immer super, gerade dieses Jahr, ich war nicht auf der ISI und einige Sachen konnte ich dann jetzt hier zum ersten Mal sehen, die auf der ISI angekündigt wurden, die die Kollegen dann gesehen haben und das finde ich tatsächlich sehr gut. Da bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer erstmal vielen Dank und tschau's Mainz! Vielen Dank auch von meiner Seite, bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Tschüss!